Ja. Hey, haltet ihr weg, ich war mal 10, wenn es genug ist. Hä? Nein, ich soll hier an mein Zimmern gehen. Soll ich gehen? Ach nee, das geht schon. Was? Wie spanierisch denn sollte? Überall das geht. War eine 3, ja. 3? 3,93. Sag ich doch. So wie hier? Wie rufst du hier? Ach. Aber eigentlich sind das 12 Fächer, ne? Ja, bei dem Fächer noch nicht. Normalerweise. Hier ist unser Meister vom letzten Jahr. Was war das? 2,75. 2,75. 4,64. Oder für Kinderwagen. Hahaha. Gar nicht gemein. Was ist deine Best Size? 2,50? Wie von gestern meine ich. Papa muss dich aber hochheben. Dann kommst du nicht ran. Der Tisch geht mir nicht zu hoch. Jessie? Jessie, willst du stacken? Ja. Ich muss auf die andere Seite gehen. Dann lass doch mal Jessie stacken. Komm. 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 Los. Und los. Und los. Und los. Und jetzt stacken. Hier. Du kannst jetzt die andere Sachen schreien. Zack. Ja. Aber sie muss sich auch schon. Ja. Ja. Ihr habt doch alles zum Üben zu Hause. Ja. 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 Danke für das weiter. Danke. Das ist ein Milch. Ja. 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 Dann hab ich nicht gedacht, dass ich so gut ausgebaut hab. Ja. Ja, okay. Ja. 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 Dann abonni. Ja. Ja. Dann hab ich das mal raus. Okay. Ja, mach doch. Da hab ich... Janis. Dann hab ich ja mal raus. Dani. Ne, der 10er steht nicht genau. Der letzte Becher, der muss auch hoch. Der letzte Becher hältst du noch in deine Hand und steckst dich hinterher hoch. Der war jetzt. Macht er aber öfter. 288. Umfallen drauf und nicht mehr, wenn die Zeit gestoppt ist. Also da müssen wir dann stehen. Der stand schon wieder nicht da. Ja, der war nicht lang. Du hast jetzt hier... Der grüne T-Shirt. Der wird fast grün als auch nicht. Ne, ich bin in der Wischung. Ich kann trotzdem schon mal weg mit. Hallo, das ist kein besser würfeln, sondern starfeln. Das ist meine nicht so weit werfen hier. Jetzt kommt Patty jetzt. Jetzt muss ich mal hier... Ich bin amtierenden Meister. Ich bin amtierenden Meister. 47. 2? 47. Was ist das denn? Ja. Komm, das geht noch besser. Nein, nein. Das geht nicht. Wollen wir einen Doppel? Danni, noch mal einen Doppel machen? Ja. Danni, noch... Ich will die nochmal angucken. Wollen wir mal einen Doppel machen? Wieso? Wieso müssen wir das dann so? Ey, der würfelt auch so weit weg. Ja, hab doch gesagt, der Tisch steht tief. Nee, der ist trotzdem fast so doll haben wie du willst. Haha, ungültig. Ja, natürlich. Und hier wird der Hand dann aufgeschrieben. Ja, mit der Nächte. Und die Spreugeschenke für sich auch. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Ja, komm, du kannst immer hier durch. Hier. Hallo, du sollst mal die Kamera aufhinterhalten. Ich will einen Doppel machen. Er ist außer Konkurrenz, oder was? Ja, er darf nicht. Weil er letztes Jahr schon hatte. Ach so, das war Meister oder was? Ja, er war letztes Jahr der Erste. Eigentlich müsste er seinen Titel verteidigen. Ja, eigentlich, ja. Ja, eigentlich, ja, ne? Ja, wirklich. Also, dass dieser für ihn, der das noch nie gemacht hat. Ich meine, mach doch einfach mal. Ja. Doch, sonst schreibe ich auf. Ja, danke. Sonst schreibe ich auf. Sonst schreibe ich auf und lass mich was einfallen. So, dann schreibe ich dich doch mal auf, ne? Ja, Patrick. Doch? Wie heißt der Patrick? Ja. Oder Patrick. Ja, du darfst. Ja, wir lassen uns was einfallen. Ist ja cool. Ne? Ja. Jetzt war es 2,04. 1,04? 1,04. Und 1,95. Ja, da kommt noch zu. Also 2,04. Ja. Die Einer schaffe ich noch. Ich hab hier. Ich hab hier. Was hatten wir denn gestern? Eine 4, ne? Schon wieder besser. Wir hatten gestern eine 4. Ja. Hier irgendwas. Für 70. Da-da. Ja. 떨 danach! organisations. Wir sind jetzt als Univers creativity zu Untertitelung des ZDF, 2020